Hier wird eine ca. 70 Quadratmeter große Praxis zur Miete angeboten. Sie befindet sich in Köln. Das Objekt ist verkehrstechnisch gut angebunden. Das Haus wurde 1960 erbaut. Beheizt wird das Objekt über eine Gaszentralheize. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 790 Euro. Die Nebenkosten belaufen sich auf monatlich 280 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017